Musik Hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zum zweiten Teil von Gun Mayhem. Ja, das Ungehackte. In den Links von mir sitzt mal wieder Kautschuh und rechts von mir sitzt mal wieder... Warte, ich komm drauf, es liegt nur noch zu... Flippi! Hi, Drummer! Und schon wieder fällt dir einer unserer Namen nicht ein. Das wird langsam zur Gewohnheit, schon mal dran gedacht, ein bisschen Gedächtnistraining zu machen. Ja, ich hab hier heute nur sieben Zettel liegen, die mir zum Namenwissen verhelfen. Sonst hab ich immer zehn bis zwanzig Stück liegen. Gerade dann müsste es besser klarkommen und hier nicht nur ein einziger Zettel, wo drei Namen draufstehen. Und einmal die Zeit, die auch gerade vor uns läuft. Was... So, mir fällt dann auf Flappi... Äh, Flappi, Flappi. Was Flappi sonst auch immer vergessen hat zu stellen, deswegen sind die anderen Videos immer so unterschiedlich langgekommen. Wir spielen wieder Last Man Standing. Okay... Underwater Slaughter. Okay. Aber, Coucho, ich will's dir nur sagen, wenn du mit dem Finger auf den Desktop rumdrückst, das sehen die Zuschauer nicht, das wollte ich dir nur mal sagen. Ja, ich wollte auch nur sagen, dass ich es dir nur gezeigt hab, schließlich hast du die Maus in der Hand. Und fünf? Danke. Also, das passt alles nach, will ich sagen? Ja. Ey, Moment, warum bin ich Team B und ihr beiden Team A? Oua, oua, oua. Das Girlie zeigt euch, dass es geht. Nein, du kannst keinen vierten Spieler einstellen, dann müssen wir einen vierten Spieler haben. Nein. Doch natürlich, dann müsst ihr den vierten Mann hier sitzen. Ja. Ich spiele ganz cool, glaube ich. Ja. Glaube ich eher weniger, aber... Ach komm, warte mal, wir lassen ihn weg. Der muss Coucho halt alleine klappen. Mach ich. Uman-Player? Uman-Player? Egal. Mir auch egal. Und fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Oh, ich hab wieder auf Leer-Taste gedrückt. Man kann auch auf Leer-Taste drücken. Oh, Theresa! Oh ne! Wo kommt der denn hier? Oh, kein WLAN! Oh, ich hab wieder auf Leer-Taste gedrückt! Oh, leider nicht. Oh, ich hab wieder auf Leer-Taste gedrückt. Du hast ihn an, hier, oder? Hey, ich hab wieder auf Leer-Taste gedrückt! Oh nein, du hast ihn gebertrückt! Ich hab wieder auf Leer-Taste gedrückt! Na rein? Ja. Und du hast ihn doch... Na rein. Ich hab's hier immer die Kack-Pakete. Ich hab's hier nicht allein! Oh Frau, ey! Oh Gott, ich hab grad so gehört. Nein! Ah, toll! Ich bin echt von Gesicht dran vorbei! Ne! Das Tolle, ich bin immer so'n... Oh oh! Ich geh allein! Nein! Oh Gott, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin really killed! Also... Au! Nein! 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 Team A hat ja sowieso gewonnen! Nein! Doch! Flappy! Ihr wart in einem Team! Nein! Ihr wart in einem Team! Wie auch immer! Ja! Wir haben noch Zeit für ein Spiel! Ähm... Lass mal sehen! Gun Game! One Minute, One Care! Ja! Ja, komm mal einfach mal! Juhuuu! Äh, das passt alles noch? Los! Los geht's meine Lieben! Ohohoh- Ach Auf Leer, das ist 2-0-1-0! Das ist das Level hauslich! Das ist das geile Level! Da kann man nur sterben! Was? Wo mache ich denn jetzt? Ah, süße Meister! Die Waffen, da braucht man nur eine Höhle! Das ist das Ding! 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 Ich kriege deine Seite von mir aus! Da haben wir da! Ich bin tot! Ich auch! Ich bin wieder! Neee! Flappy und nicht Fluffy! Flappy! Ah, schöner kleiner Fluffy! Tja, schon wieder habe ich die höchste Punktzahl! Ich glaube, das hatte ich zwar gerade nicht einmal eben im ersten Spiel! So meine Lieben, ich bin dankbar für's Zuschauen! Ach komm, eine Runde können wir doch spielen! Ne, dann wird das mit dem Schneiden, solange da habe ich irgendwie keine Lust! Haut rein, bis zum nächsten Mal! Lasst ein Daumen, da lasst ein Abo, da lasst ein Kommentar da, was wir noch alles so machen sollen! Haut rein, bis zum nächsten Mal! Mach's gut, tschau!